Ich begrüße Dich ganz herzlich, meine liebe Waage. Auch für Dich ist hier Dein Jahreshoroskop für das Jahr 2020 und natürlich für Dich Dein Spruch des Jahres. Alle sechs Finsternisse sind mit Dir in Verbindung. Du bekommst auch in diesem Jahr Saturn-Prüfungen, von Pluto die Wandlungsaufforderung und von Jupiter viel Schwung. Du kannst viel erreichen. Meine liebe Waage, meine lieben Waage-Ascendenten, das neue Jahr, unser Mondjahr 2020, kann für Dich wirklich ein Wow-Jahr werden. Du musst nur einige Fallstricke eliminieren und Deine Fähigkeit zur Entscheidung weiter trainieren. Alle sechs Finsternisse haben Verbindung zu Dir. Drei davon wirken stark herausfordernd und verlangen Deine ganze Aufmerksamkeit und die anderen drei sind unterstützende Helfer auf Deinem weiteren Wandlungsprozess. Gleich am 10.1. ist die erste Mondfinsternis im Sternzeichen Steinburg und im Zeichen Krebs aktiviert und sie steht zu Dir, dem harmoniebedürftigen naturell Deiner Person im Spannungsquadrat. Die erste der Finsternisse wirkt besonders auf die Geburtstage vom 8.10. bis zum 16.10. Die Mondfinsternis vom 5.6. unterstützt alle Geburtstage vom 4.10. bis zum 11.10., wenn sie in den Zwillingen und im Schützen wirksam ist. Die Mondfinsternis am 5.7. steht dann wieder herausfordernd für die Geburtstage vom 3.10. bis 10.10., da sie wieder im Steinburg und im Krebs aktiviert ist. Die Mondfinsternis am 30.11. wirkt unterstützend für alle Geburtstage vom 28.9. bis zum 4.10., wenn sie wieder im Zwillinge und im Schütze steht. Und auch die beiden Sonnenfinsternisse haben ihre Wirkung auf Dich. Einmal die Sonnenfinsternis am 21.06., auch wieder in Verbindung mit Krebs und Steinbock, ist für die Geburtstage vom 22.9. bis zum 26.9. herausfordernd. Die letzte Sonnenfinsternis des Jahres wirkt für die, ist wirksam am 14.12. und unterstützt alle Geburtstage vom 12.10. bis zum 19.10. Finsternisse haben ja immer so eine Wirkungsdauer von circa sechs Monaten. Und wenn sie jetzt zum Beispiel im Kontakt mit persönlichen Planeten stehen, dann haben diese Wirksamkeiten auch einen längeren Zeitraum. Es kann bis zu drei Jahren dauern. Und du liebe Waage oder alle Waage-Aszendenten, du kannst wirklich dich in dieser Zeit mächtig in Szene setzen, wenn du bereit bist dafür. Du bist ein Kardinalzeichen. Und mit deinem diplomatischen Schick solltest du das eigentlich auch schaffen. Ich habe dieses Jahr wirklich die ganzen Finsternisse direkt mal mit in das Jahresgeschehen mit eingebunden, auch bei den anderen Sternzeichen, weil wir ja ein Mondjahr haben. Und der Jahresregent der Mond ist und dadurch natürlich die Finsternisse eine stärkere Bedeutung beigemessen wird. Und das trifft natürlich auch bei jedem Sternzeichen mit einem besonderen Bezug zu. So, jetzt will ich mit dir weitergehen. Jetzt will ich dir natürlich auch deine großen Herausforderer hier nicht vorenthalten. Du kennst sie ja schon. Es sind wie in den letzten Jahren wieder Saturn und Pluto. Gerade Saturn, der Realitätsfaktor und der tiefgreifende Wander Pluto. Die Saturn-Prüfung erleben jetzt alle Geburtstage der dritten Dekade von Januar bis März noch einmal und dann noch einmal von Juli bis Dezember. Saturn unterstützt also die Geburtstage vom 22.09. bis zum 27.09. dann in der Zeit von Anfang April bis Ende Juni und dann nochmal Ende des Jahres, wenn Jupiter eine Umarmung im Wassermann bildet. Und Pluto will deine Transformation besonders für die Geburtstage vom 13.10. bis 22.10. weiter vervollkommenen. Und ich weiß, dass viele Wagen mich in dem vergangenen Jahr und auch in vielerlei Hinsicht kontaktiert haben, weil es doch einige schwierige Situationen gegeben hat. Wenn du natürlich gerne wissen willst, wie sich das bei dir in diesem Jahr wirksam ausbreitet, kannst du das natürlich wieder ganz einfach bei mir erfahren. Unter www.barbel-reu.com gehst du einfach auf den Menüpunkt Beratungspaket buchen und dann können wir ganz leicht in Kontakt kommen. So, jetzt geht's weiter. Jupiter, achso, ich wollte nochmal was zu den Finsternissen, achso, das hatte ich schon gesagt, ne, die Finsternisse ja. Jupiter, unser Glücksplanet, gibt der zweiten und dritten Dekade jetzt viel Schwung, um die gesetzten Ziele umsetzen zu können. Achte auf jeden Fall immer wieder auf dein Kräftevolumen, denn Lilith steht zu dir jetzt in Opposition. Lilith, das ist der schwarze Mond, die schwarze Mondgöttin und sie ist der Autonomiefaktor und will sich durchsetzen. Da kämpft man manchmal vielleicht gegen Windmühlen. Also es sind hier Kämpfe nicht unbedingt ausgeschlossen, also musst du auch auf deine Kräfte achten. Chiron, der verletzte Heiler, steht zu den Geburtstagen vom 28.9. bis zum 4.10. im Spannungsfeld und da kannst du natürlich auch manchmal mit deiner eigenen inneren Wunde kontaktiert werden. Etwas, was dich innerlich sehr bewegt und immer schon belastet hat. Aber der verletzte Heiler hat natürlich auch immer die Chance zur Selbstheilung. Ja, also es geht hier allerdings nicht ohne das eigene Zutun. Es ist tatsächlich einiges möglich und das liegt auch in deiner eigenen Macht, dich selbst zu ermächtigen und alles in Angriff zu nehmen, was du dir vornimmst. So, dann habe ich für dich natürlich auch die Zeiten der Liebe für dich als Liebe wage in 2020 mit dem Liebesplaneten Venus. Für dich strahlen die Liebessterne vom 7.2. bis zum 4.3. aus deinem Gegenzeichen wieder. Das kann eine feurige und überwältigende Phrase für dich werden. Wenn die Venus im Gegenzeichen platziert ist, hat das natürlich immer ein Gefühl von wie einem Sog von etwas angezogen zu sein. Ja, also interessant wird es dann für dich auch, wenn in der Zeit vom 3.4. bis zum 7.8. der Liebesplanet vier Monate in deinem befreundeten Zeichen Zwillinge vor und zurück wandert. In dieser Zeit kannst du mit deinem Charme und mit deinem Stilbewusstsein sehr viel punkten. Ab dem 13.5. bis zum 24.6. wird dann Venus in den Zwillingen rückläufig. Nun musst du achtsam sein, denn es könnten hier alte Liebschaften wieder irgendwo sich zurückmelden und da kann es dann schon auch einige Verwicklungen geben, auch im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Wechsel des Mondknotens in die Zwillinge. Die Atmosphäre soll mit Vago und mit Zwillinge Energie auf jeden Fall leichter und unbeschwerter bleiben. Also feste Zusagen sind in solchen Phasen jetzt nicht unbedingt zu erwarten und lass es einfach auch fließen. Vom 6.9. bis zum 2.10. stehen dann die Liebessterne wieder aus dem Löwen für dich, sehr vorteilhaft und es ist eine schöne Zeit, also auch die Liebe mit Herzenswärme und mit Großzügigkeit zu leben. Vom 27.10. bis zum 21.11. unterstützt die Venus in deinem Zeichen alles, was du dir vorstellst. Deine Schönheitssinn ist umwerfend und vom 15.12. dann nochmal bis zum Ende des Jahres gibt dir die Schütze Venus nochmal viel Schwung und einen zusätzlichen Anstrich von Gerechtigkeit und Ehrlichkeit in allen Liebesangelegenheiten. Lass es wie schon gesagt einfach auf dich zukommen und fließen. Anstrengende Zeiten sind sowieso auch immer wieder dabei und die Liebe möchte gerne fließen. So jetzt habe ich auch für dich natürlich die Zeiten der Kraft mit Mars in 2020. Du bekommst ab dem 3.1. schon bis zum 16.2. die erste große Power aus dem Zeichenschütze. Damit verbindet sich natürlich ein großes Ideal und mit diesem Mars bist du auch in rechtlichen Angelegenheiten und fairen Verhandlungen besonders geschickt. Vom 30.03. bis zum 12.05. wenn dein Mars im Wassermann steht, wirst du auch richtig in Bewegung versetzt und du kannst hier viel schaffen und dein Geist ist unglaublich aktiv. Ab dem 28.06. dann steht der Energielieferant bis zum Ende des Jahres in deinem Gegenzeichen Widder und der läuft dort dann sechs Monate vor und zurück. Im Widder ist er sehr ungestüm und er heizt natürlich ja auch die Gemüte auf. Achtsamkeit ist besonders in der Phase der Rückläufigkeit jetzt gefordert, wenn er vom 10.09. bis zum 13.11. dort rückläufig ist und das kann natürlich für dich auch sehr herausfordernd sein. Achte auf dich und vor allen Dingen auch Streitigkeiten. Du bist ja nun nicht unbedingt ein Zeichen, was gerne den Streit sucht, aber es kann ja immer wieder passieren, dass man da hineingezogen wird und versuche deine innere, dein eigenes inneres Gleichgewicht immer wieder herzustellen, was ja auch die Aufgabe der Waage grundsätzlich schon mal ist. Tja, an dieser Stelle beende ich jetzt mein Jahreshoroskop für dich, meine liebe Waage und ich wünsche dir ein tolles Jahr, einen tollen Start in das Mondjahr 2020. Und auch für dich habe ich natürlich die Info, dass mein neues Jahrbuch, das große Jahrbuch der Wochenhoroskope 2020 wieder auf meiner Webseite zur Verfügung steht. Ich habe es auch in diesem Jahr wieder geschrieben, da ich auch sehr viel schönes Feedback aus den vergangenen Jahren bekommen habe und das ist für mich auch immer irgendwo ein Garant, dass ich sage, ich werde das auch wieder tun, ich schreibe das auch wieder. Ja, du hast natürlich die Möglichkeit, das auf meiner Webseite anzufordern, auf der Startseite, wenn du da auf das Coverfoto klickst, dann kommst du direkt zu meinem Buch. Und es ist natürlich auch wieder eine wunderbare Hilfe, eine Orientierungshilfe, ein kleines Handwerkszeug, wo man durch das Jahr ganz gut wandern kann, um auch bestimmte Zeiten zu bestimmen, wann passt denn was, was in welcher Zeit am günstigsten ist. Wir haben ja auch trotzdem wie immer in jedem Jahr die Rückläufigkeiten von Merkur und andere Rückläufe, wir haben ja viele rückläufige Planeten in diesem Jahr und da ist es ganz angebracht, auch mal zu schauen, was kann man denn in dieser Zeit tun und was sollte man lieber lassen. Ja, du hast natürlich auch die Möglichkeit wieder bei mir dein Jahreshoroskop für dich, für deine Familie oder deine Freunde auch anzufordern. Wenn du da auf dem Menüpunkt Beratungspaket buchen klickst, dann kommst du ganz leicht zu mir und unter meinen Kontaktdaten bin ich auch ganz einfach zu finden und in den sozialen Netzwerken überall, ich freue mich natürlich auch über jedes Feedback, was ich da bekomme von euch, also weil ich gerne in Kontakt mit euch trete und einfach auch mich unterhalten möchte, wissen möchte, wie erlebt ihr das denn einfach auch diese Dinge, die ich hier auch für das Jahr immer zur Verfügung stelle. Ja, nun beende ich erst einmal und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Sei ganz herzlich gegrüßt von mir, Babel Roy, deiner Astrologin. Tschüss, mach's gut.